Fussball für uns war nur Spaß, also geben wir ein bisschen Spaß an. Das war nicht richtig, dass wir sagen, okay, wir spielen, weil wir Profi wollen. Nein, das war nur zum Spaß. Also wenn man schon eine Frau und Kinder hat, man will sie immer in der Nähe haben. Das war nicht immer leicht, wenn man nur mit Skype oder Telefon die Stimme von seinen Kindern oder seiner Frau hören kann. Dann ist alles gut gegangen, sie sind hier gekommen, war ich sehr froh, dass sie hier sind. Ich denke, wenn jemand eine Familie hat oder Kinder, muss man immer näher von seiner Familie sein. Weil ich denke, ein Kind braucht seinen Papa und seine Mama zum Wachsen, also ich denke, das ist sehr wichtig. Oder andere Kinder sind, wo sie gar nichts zu messen oder so was oder Klamotten zu haben. Ich probiere immer etwas zu bringen zu diesen Kindern, also dass ich merke, dass sie nicht alleine sind. Die Kinder helfen, das wäre wirklich ein Traum für mich. Ich bin Louis-Klamotten-Rothmann-Haupt, ich komme aus Kamerun, ich bin 27 Jahre alt und ich bin bei HC Alter seit 2012. Ich bin Adrian Dragier, derikat zur Klamotten-Rothmann-Gutter aus. Untertitelung des ZDF, 2020